Vielen Dank für's Zuschauen. Und neben mir ist, ja was soll ich sagen, was Kunstrasen für die Landesgartenschau ist, das ist Enrico Schaller für die RLMS und der sitzt neben mir. Guten Tag. Ach, was, was, ich bin Kunstrasen? Ach nee, ja, vergiss es. Ich hab's verstanden. Ja, äh, gesagt, oh, jetzt haben wir hier was im Bild, Bild im Bild, weil, äh, das hier ist nämlich, nämlich noch einmal die Qualifikationsstünde, Quali-Stände der, äh, ja, die Quali-Ergebnisse. Jetzt haben wir's aber, die laufen hier gerade unten schön durch, das gucken wir uns mal schön an. Äh, währenddessen ich hier mal unsere ganze Technik vorbereite, dass wir nachher auch wieder ein ordentliches Timing haben, gell? Ja, sehr gern. Ich freu mich schon drauf. Ja, freu dich euch drauf. Warum ist jetzt hier so viel los in der Boxengasse? Fragen sich alle. Man könnte ja, jeder weiß ja ungefähr, wie weit vorne er ungefähr jetzt steht. Man könnte ja ein bisschen Geduld zeigen und erstmal die rauslassen, die eh nach vorne müssen, damit man nicht so viel Hick hat, Hick hat, Hack, Hack, ihr wisst, was ich meine. Nicht so viel Gerempel hat, äh, gleich in der Startaufstellung. Aber da, äh, entscheidet man sich regelmäßig auf, äh, auf andere Weise für Hick-Hack. Dass man also erstmal die GTs in die Startaufstellung stellt und, äh, anschließend können dann die LMPs sich zickzack da durchwurzeln, um ihren Startplatz zu finden. Danke, Leben. Ja, wieder halt. Hups, äh, das wollte ich jetzt nicht, das war ich. Entschuldigung. Ja, äh, wie gesagt... Ja, da liegen schon Einzelteile. Ja. Äh, ja. Ja, die liegen aber in der Box, äh, macht nix. Die sind da wieder wegräumend in der Zwischenzeit. Auch, äh, die Jungs von ERS, die nämlich da aus Versehen ihre Einzelteile verloren haben, äh, die haben sie wieder angebaut. Hier sieht man jetzt noch einmal, wo wir denn uns heute überhaupt befinden. Also, wie gesagt, wir sind in Monsaar. Das ist, äh, Italien. Wird hier oben alles schön beschrieben. 1922 wurde die Strecke eröffnet. Reckenlänge 5,8 Kilometer knapp. Acht Korven im Uhrzeigersinn. Drei Stunden. Wir haben den siebten von zehn Läufen der diesjährigen RLMS. Und haben jetzt noch gut vier Minuten Zeit. Vier Minuten. Äh, ja, vier Minuten sind vier Minuten. Dann geht's erstmal los mit der Stadt. Äh, also nicht mit der Stadt. Mit der Stadt nicht, nein. Mit der Einführungsrunde. Äh, die Einführungsrunde ist das was. Hier kommt noch ein Nachzügler. Fahren alle gerade sehr schön langsam. Ähm, ich muss mir nochmal hier gerade jemanden raussuchen, dass wir auch wissen, wo wir sind. Ja, wir haben zum Beispiel jetzt einen Neuankömmling. Und zwar das zweite Vapomoto GT1-Fahrzeug. War im Qualifying noch nicht dabei. Da musste man noch arbeiten. Äh, da hat man natürlich kurz vor sie entschlossen, das Setup sowas von umzudrehen. Deswegen ist es jetzt auf der Strecke. So, und ich habe gerade gehört, wir haben hier eine mittelschwere Katastrophe. Komma, weil? Weil nämlich der Herr Schmidt, Sebastian Schmidt vom Corn Limit geflogen war. Und jetzt, wenn ich das richtig sehe, äh, nicht mehr auflöser Weiß. Ja, der wird auch fluchen, bis die Schwarte kracht. Ja, ich sag mal, es hat was Gutes und was Schlechtes. Zum einen hat es sich gelohnt, dass es sich nicht vorbereitet hat. Ja, aber Punkte holen kriegt er jetzt auch nicht. Nee, also das ist... Ja, und was ich auch noch sehe, und da wird es mir schon wieder schlecht, ehrlich gesagt. Äh, der Benjamin Rössler hat ein Mismatch ausgelöst. Was wiederum bedeutet, dass der Surfer mit sinnlicher Sicherheit schön eine an der Waffel hat. Und gleich die Boxenstops eventuell nicht funktionieren. Das heißt, die Boxenstops schon, aber die Fahrer wechseln nicht. Ja, ne, ich möchte bald vermuten, dass das vielleicht auch einer der Gründe ist, warum es den Schmitz vielleicht schon gecached hat. Ich weiß es nicht, weil der Schmitz hatte eigentlich, glaube ich, die Rennsession schon gesehen. Ja, bevor es getötet hat. Und ich weiß nicht, ob es nicht wirklich vielleicht sinnvoll ist. Äh, ich weiß nicht mehr. Wir sind aber auch schon später an, ehrlich gesagt. Richtig. Ähm, eine Frage, die ich mir regelmäßig stelle, wenn sowas passiert. Wie können denn Leute, die schon auf dem Server waren, ohne Mismatch beim nächsten drauf connecten, dann Mismatch auslösen? Das ist eine gute Frage. Weil, man kann ja nicht sagen, da war einer und hat einen bösen Mismatch ausgelöst, weil... ...persönlich anders machen können, hätten die Leute ja auch nicht. Also, da war... Ja, das kommt darauf an. Also, ich sage mal, du kannst allein so einen Mismatch auslösen, indem einer als Zuschauer draufkommt, der zum Beispiel keine aktuelle Installation hat. Und dadurch die Speicheradressen sich verschieben und dadurch dann irgendeiner auserwählt ist, der dann der Mismatch-Übeltäter ist. Also, wie gesagt, es kann auch ein Zuschauer gewesen sein, der auf den Server gekommen ist und... Äh, äh, äh... Wer ist richtig und wer ist falsch? Das ist die zweite Frage. Ja, also, ich habe da ehrlich gesagt innerlich schon wieder... Gänsehaut bis zum Milz. Äh, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also, naja. Ja, wir hoffen auf R-Faktor 2. Auf das, dass das... Gnadenbrot für Simracer wird. So, die Ampel schaltet. Jetzt bloß nicht losfahren. Es ist noch nicht der Start. Nicht nervös werden. Es ist erst die Einführungsrunde. Und sie führen sich gegenseitig ein. Langsam geht's los. Der Wödelke quanten ein bisschen, macht aber nichts. Hat die Flutschi vergessen, ne? Richtig. So, und jetzt sind ein bisschen aus der Reihe getanzt hier. Äh, irgendeiner ist ja jetzt nicht ganz so... Na gut, sie dürfen ja jetzt mal die... Zwei-Reihe... Die zwei-Reihen-Konstellationen auflösen. Also, wie gesagt, das ist jetzt erst einmal ganz entspannt. Bis hinter die Ascari, also auf die Gegenkarten, dort haben wir dann das Double-File eingenommen. Äh, apropos Dab-File einnehmen. Äh, ich nehme jetzt mal unser Timing unten dazu, dass wir dann den Überblick haben. Dass wir oben am Bildschirm auch wunderschön sehen, wer auf welcher Position ist. Das ist eine ganz exquisite Idee. Und das ist echt eine Herausforderung, jetzt in einem LMP die ganze Zeit mit 100 hier rumzueiern, oder mit 120. Man hat das Gefühl, dass wir alles kaputt am Auto haben. Also wird man auch... Das geht gar nicht. So, ist jetzt die Frage, clever kriegt der Herr Bichler das hin, den Herrn Müller aus dem Windschatten zu vertreiben. Denn hier ist ja eine schöne Windschattenangreif, Ausspringen und Überholstrecke. Also, gleich haben wir ungefähr die Hälfte geschafft. Jawohl, die Hälfte müsste jetzt rum sein. Und jetzt geht's in die Variante Ascari. Das ist auch, wie ich finde, die Strecke von der Stelle, die am meisten Spaß macht. Macht ja noch Mut. Gut, das ist ja auch der einzigste Streckenteil, der ein bisschen korvig ist. Ja, schön. Zwei Reihen wieder angenommen. Das sieht aus, wie aus einer Räderbrühe. Jetzt müssen wir aufpassen. Ja, also das GD-Feld beginnt dann ab Platz 15. Das müssen wir uns merken. Weil da müssen wir nämlich dann hinspringen. Wenn's denn soweit ist. Hier, schön, gucken wir mal. Alles schön kompakt. Ja, so kann das drei Stunden durchgehen, wie ich mir. Also nicht so langsam, aber so kompakt. Ja, das kompakt wäre schön, das langsam wäre nicht so schön. Ja, also die ersten vier sind sauber aus. Danach haben sie ein bisschen Luft. Ja. Aber passt so. Ist alles okay. Ist in Ordnung, das ist in Ordnung. Das ist, ja doch so. Gucken wir mal, Freunde, danach. So, ab ungefähr hier könnte man sich aussuchen, ob man beschleunigt. Ob wir onboardigen können bei dem Killer-Fisch. Vielleicht sehen wir da. Jawohl. Da würde ich aber sagen, gehen wir noch Platz zurück. Ja. Dass wir hier was sehen. Und wie sieht's aus, Mädels? Keine Lust? Jawohl. Da sind wir bei Ronny Plan onboard uns. Ich glaube, es geht los vorne. Oh. Jetzt geht's los. Der Müller hat's total verpennt. Hm. Was hat denn da der Müller gemacht? Der hat sich den Nerv eingeklemmt, glaube ich. Egal, wo der Nerv war, er hat ihn sich eingeklemmt. Im Auge, im Arm, im Fuß, alles kaputt. Oh, da hinten fliegt Teile. Da fliegt Teile. Oh, 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 oh. Hm. Das haben wir jetzt aber nicht schön gesehen. Schade. Das ist der Herr Seiter gewesen. Seiter mit, mit ohne Front. Seiter mit ohne Front. Und welcher Platz war denn der Seiter? Acht? Seiter, Moment, acht, ja. So, jetzt sehen wir natürlich, wie das GT-Feld nicht... Haben die schon gestattet? Die haben auch schon gestattet? Die sind auch jetzt in der Schikane, jawohl. Da ist irgendeiner... Achso, die ist ja, glaube ich, nur Zweiter gewesen. Zweiter, ja, genau. So, und wir holen uns jetzt... Hier scheint alles normal zu laufen. Wir holen uns mal den... ...Reiter-Aktion. Und gucken uns die mal kurz... Was der da eigentlich gemacht hat. Ja, da ist Krimer, genau. Onboard ist eine super Sache. Er hat eigentlich einen guten Abstand. Gebremst, gebremst, gebremst. Und führt da den VHS-Auto vom Bäcker, glaube ich, hinten. Voll auf, ja. Ja, Glück, dass der in der Spur bleibt. Ja, da hat er ordentlich gepennt. Wahrscheinlich zu lang in den Rückspiegel geguckt. Das ist meine Vermutung auch. Das verlockt hier ein Monster zum Spiegel gucken. Ja, gehen wir mal wieder an die Spitze. Äh, nein, wir gehen nicht an die Spitze. Da ist ein bisschen spannend. Die sind so weit hier. Das ist ein spannendes. Gut. Guck ich mir auch gerne an. Da kommt uns schon der zurückbandagierte VHS-Wagen. Speedmaster. Warte, 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 warte. Ach, tschai, ei, 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 ei. Ey, das war ja jetzt immer... ...Pubble-Leichen im Kies. Ja, das ist... ...Pubble ist jetzt mit dem wie in Flashes da im... ...Bundle und der... Du meinst im Geplänkel. Im Geplänkel, ja. ...im, im Befummel. Und, äh... ...der Spider würde gerne da durch. Ui, da ist... ...G.H. W.H. W.H. Abgeklogen. Wir warten, dass... ...W.H., W.H., 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 Gertzak. Ja. Gute Frage. Gertzak ist ganz schnell weg. Ganz schnell weg. Richtig ist 24, 25, 26, 26, 26, 27, 27, 28, 29, 30, da ist er. 30, da ist er noch heftig eingeschlagen. Also das gucken wir uns noch mal an. Aber komplett ohne Fremdeinwirkung, einfach überbremst. Ja, oh, mit der Hinterachse rausgekommen. Also da hat er sich verbremst. Das war einfach ein böser Verbremser. Ja, das ist genau das, was man nicht braucht in einem Langstreckenrennen in der ersten Runde. Und, äh, ich kann sagen, also das Schmitzproblem scheint wirklich, ich mag es nicht noch erwähnen, aber ich kann wirklich sagen, und da lege ich mir jetzt sogar ziemlich fest, lege ich mich da, das Schmitzproblem scheint wirklich, äh, durch den Missmatch verursacht zu sein, dass der Schmitz vom Server geflogen ist. So, gülige Yonja, da war eben noch auch ziemlich, achso, das war die LNB, der da vorbei ist, aber das ist trotzdem spannend, wir bleiben da mal drauf, weil der kriegt nämlich gerade Druck von hinten. Ja, ich würde ja sagen, wenn du mit dem Missmatch so sicher bist, mach mal sofort eine Wette draus. Wenn es doch nicht so ist, wenn es doch nicht so ist, dass es nicht von dem Missmatch kommt, äh, dann läufst du in Clown-Schuhen den New York-Marathon. Ja, wenn du mir das Flugzeugticket bezahlst, bin ich dabei. Ich bin gespannt. Ja, ja, also, äh, ich behaupte das deswegen mal, weil nämlich Schmitz im Timing eben vom Erfaktor-Monitor auch noch mit Null mittendrin gelistet worden ist, und das ist ein Zeichen, dass dort irgendwas Speicheradresszuweisung technisch irgendwie total im Arken liegt. Ja, und ich vermute, dass heute bei den Fahrerwechseln wird es ordentlich rappeln. Habt Vertrauen, auch wenn sich das jetzt mancher, äh, ja, so, hier gibt es auch mächtig Verschiebungen. Was ist denn da los? Irgendeiner fliegt da gerade zurück? Oder spinnt unser Timing-Betall? Ähm, mein Name ist gerade abgeschmiert. Ich befürchte, schrecklich ist, ehrlich gesagt. Ja, wie gesagt, drei Stunden sind durchaus zu schaffen. Sollte man lieber alleine durchfangen. Das Haver-Camp in der Box. Vielleicht durchs mal da auch ein Replay, was Balladier ist, ob man wird mal durch den Skrölen, ja. Ja, das ist zu spät, das ist zu spät, das ist zu spät. Da. Mal gucken, also wir müssen jetzt mal nach Zweikämpfen gucken. Also Engel hat Goethe, das ist schon eine ganz enge Kiste. Der Wichler kann sich vorne vom Tiermann ordentlich absetzen. Da sind schon fast zwei Sekunden da. Oh, VHS-Audi. Egal, war das. Wo ist der? Auf Platz 15 jetzt zugefallen, der Schröder. Ja, wir haben hier dieser Zweikampf, ist im Moment der X. Der Zweikampf-Engel hat Goethe. Es gibt zwar, wenn wir mal gerade gucken, noch den Zweikampf-Kappel-Heinen. Aber der ist auch ein bisschen mehr, bisschen mehr Luft. Viel weiter aus dem Ratter, ja. Und in der LMP-Klasse Sonnenberg und Matzenbacher. Aber das ist LMP-Siegsabstand bei denen. So, also Goethe-Engel hat, das ist wirklich hier die engste Kiste. Deswegen würde ich sagen, bleiben wir da mal kurz drauf, bis sich irgendwo was Neues ergibt. Und checken das mal. Wobei, ich glaube ja, eigentlich müsste der Goethe-Aerodynamik wenig Flügel-Vorteil in einer Strecke, wo alle wenig Flügel fahren, ja nicht so toll ausfallen. Ja, das ist richtig, aber ich kann, wie gesagt, sagen, dass halt den Goethe-Engel, der fühlt sich hier nicht wohl. Und Monza ist so eine Strecke, da kann ich mich auch dazu zählen. Ich kann sie da jagen und ich werde dort nie auf Zeiten kommen. Also die bricht in keinster Weise den... Oh, da fällt schon die Haube beim All-Star-Forsche. So, wir haben noch ein ganz anderes Problem, kriege ich gerade mitgeteilt. Ich bin ein ganz Ohr. Außerdem hat es den Haus da irgendwo auch zerwamst. Oder muss es zerwamst haben, wir gucken mal gerade. Er hat aber wieder. Er hat einen Unfall gehabt, deswegen ist er auch so weit zurück. Herr Lukas. Ja, also ich kriege Informationen. Bitte tut mich da mal auf dem Laufen halten, ob das bei allen so ist, dass der Stream wohl leckt. Stimmt das nicht? Stimmt das nicht? Ich weiß es nicht. Ich frage einfach mal an dieser Stelle, ob das so ist. Bei jedem, wo es so ist, der darf das ruhig gerne mal hier so schreiben. Ja, also ich kriege das jetzt mehrfach bestätigt. Dann werde ich mal den Verantwortlichen dazu zur Rechenschaft ziehen. Weil ich habe da nämlich auch schon eine Vermutung, woran es liegt. Harald, ich würde sagen, ich übergebe an dieser Stelle an dich. Jawohl. Und ich mal ausklicken für ein paar Minuten. So sei es. Ich bin gestanden. Ja, wir bleiben natürlich in Bereitschaft. Wo hätten wir hier was? Wo ist es eng? Wo macht es Spaß? Hm. Hm. Ja wohl, hier hatten wir sowas wie ein Zweikampf. Hier sind wir bei Claudio Stockard. Gefolgt von Guido Jonscher. Weniger als eine halbe Sekunde. Allerdings gibt es jetzt auch ein bisschen Druck wieder da, wo wir eben waren. Jetzt ist es nämlich gleich ein Dreikampf. Da kommt nämlich die grünen Fläsch, äh, der grünen Fläschsalen von hinten. Und vielleicht schafft es ja der Vapomoto Lambo hinten auch noch, um Gefolge hier aufzuschließen. Herrlich. Wir haben so richtig brachialen Windschatten oder funktionsfähigen Windschatten, kriegen ja alle nicht. Der Goetheke-Effekt schlägt ja immer noch zu. Mein Tipp ist jetzt, der Salen attackiert die Corvette, bevor die Corvette den Lambo vorne attackiert. So, für alle erste Mal Insider-Info, schaltet den Stream auf 360p. Da leckt es nicht, bis ich hier einigermaßen eine Lösung habe. Also mit einer 360er-Auflösung sozusagen. Und, äh, ich kümmere mich mal darum, dass man da vielleicht nachlegen. Ist zwar dann nicht die geilste Qualität, aber man sieht flüssig und hört flüssig. Und dementsprechend, äh, ja, gucken wir erst mal so, bis das sich einigermaßen hier gelöst ist, das Problem. Ja, Heinrich, du hast es mitbekommen. Hier gibt es mittlerweile einen Dreikampf. Ja, guckt ihr mal weiter. Ich muss hier erst mal mein Problem lösen. Ja, mach doch, was du möchtest. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, in der GT2 gibt es überhaupt keine Abstände, die, äh, zeigenswert wären. Da fahren sie alle für sich. Das ist wirklich das, äh, aufregendste, was wir im Moment hier haben. Oh, und da hinten ist der Herr Seiter etwas abseits gewesen. Der hat da die Idealine geringfügig verfehlt. Das ist richtig, sehe, ist da der Herr Gerzak wieder langsam unterwegs. Sieht zumindest so aus hier auf dem Timing. Gucken wir uns mal an. Nö. Hat er uns veräppelt. Dit is Rennspiet. Ja. Ja, das sieht normal aus. Gehen wir wieder zurück ins Geschehen. Jo, psychischer, psychischer. Schnapp sie dir, T-Shirt. Müsste jetzt nur ein bisschen da vorne, wird dann der erste GT1 schon überrundet. Der Labomoto Aston war ja schon in der Box. Großer Service war da schon fällig. Tobias Haberkamp wird die jetzt alle vorbei winken, so hoffe ich. Ja, er fährt schon in Deckung. Ist jetzt alle vorbei. Werft Salen und R-Spider. Ui, das hätte auch schon über sowas von in die Hose gehen können. Da hätte man sich besser absprechen können. Hat aber dann noch im Rahmen der Möglichkeiten gut gegangen. Wir freuen uns. Ja, jetzt, Herr Hain, jetzt nimm den LMP2 Windschatten mit. Guck, dass du da wieder rankommst. Und Herr Bischler für ganz vorne einsam seine Runden. Fast drei Sekunden vor Sprung, dreieinhalb steht er oben schon. Ja, und jetzt geht die ganze wilde Runde los. Spitze kommt hier vorbei. Jawohl. Jetzt schrumpft der Abstand auch wieder. Jetzt sehen wir es. Da ist der Killer Fisch. Pizot schon. Mit Benjamin Thiermann. Jetzt kriegen wir einen Anfall nahm an. Weil der schöne Vorsprung ist, das ist alles wieder kaputt. Ja, jetzt sieht sich das hier leider auch auseinander. Finde ich jetzt nicht so prall. Aber wir haben eine Alternative. Und zwar fast im selben Feld. Da hinten kommt sie. Der David Wöhleke holt langsam auf Ronny Plan auf. Die fallen jetzt auch durch das komische GT-Geschnetzelte hier. Und wühlen sich da vorbei. Und sich alle fallen durch die Zeichen bemerkbar. So, Nerven behalten. War immer ein Name. Da fällt der Salin fast dem LMP hinten rein. Sieht man auch selten. Jetzt hat sich das schönes GT-Geschnetzelte auseinanderzogen. Ja, bitte schön. Wir machen jetzt einen ganz kurzen Trick. Wir haben gleich eine Lösung zu dem Ganzen. Und dass dann jeder wieder schön in HD gucken kann. Wir müssen da mal gerade den Server wechseln. Deswegen einfach kurz die Füße stillhalten. Wir sind gleich bei euch. Danke. Danke schön. Danke schön. Vielen Dank!